Wismut Aue, Wismut Aue, Wismut Aue Hallo liebe Wismut Aue-Fans. Heute ist es nun endlich soweit. Die Rückrunde startet und unsere lila-weißen Spieler sind nach Düsseldorf gefahren. Ui, und da wollen sie bestimmt drei Punkte mitbringen. Sie haben sich ja im Trainingslager gut vorbereitet. Haben zwar alle Testspiele verloren, aber macht ja nichts. Jetzt geht sie erst richtig zur Sache. Jetzt wird scharf geschossen, hat unser Leo gesagt. Ab heute wird scharf zurückgeschossen. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wo meine Freunde geblieben sind. Wir wollen uns nämlich heute Abend das Spiel im Fernsehen angucken. Düsseldorf ist uns zu weit. Wir gehen in die Bar und gucken uns das im Fernsehen an. In die Sportsbar. So, gucken wir mal, wo meine Freunde sind. Hallo Schlumpfi. Guten Morgen, liebe Aue-Fans. Hallo. Ja, ich bin auch wieder da, euer Sponji. Habt ihr gut das Weihnachtsfest und die Silvesterparty überstanden? Ui, ui, ui. Und ich hab mir heute zum Fußballspiel zum Angucken Vitamine mitgebracht. Eine leckere Apfelsine zum Schlabbern für mich. Ja, der Schlumpf hat ja eine Banane gekauft. Oh, beim Vietnamesen. Jo, ich hab mir eine Banane zugelegt. Die sind vitaminreich und schmecken lecker. Da hab ich heute Abend in der Sportsbar was zum Naschen und zum Knabbern. Brauch ich kein Bier trinken, trinke ich lieber eine Cola dazu. Ai, ai, ai. Und für mich habt ihr nichts mitgebracht. Oh, ich hab gedacht, ihr bringt mir auch was mit. Ach, wir haben dir doch was mitgebracht. Guck doch mal nach rechts. Ja, wir haben dir auch was mitgebracht. Und zwar etwas, was du am liebsten isst. Ui, 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 ui. Frischkäse. Ach, das ist ja klasse. Und sogar mit Löffel. Ach, das ist ja klasse. Danke, Freunde. Ui, danke, dass ihr mir das mitgebracht habt. So, ui, ui, ui. Ui, und die anderen Freunde, die hier oben sitzen. Ui, die Mähheb-Zwillinge und das Little Pony und der kleine Wuffi und unser Tiger Taps, die gucken auch mit Fußball. Stimmt's, Tiger Taps? Oh, klar. Ja, wir gucken alle mit. Mäh. Ja, dann wünsche ich uns heute Abend viel Spaß. Und was tippt ihr denn, wie das heute ausgeht? Nimmt auch einen Punkt mit. Ha, ha, ha. Ich möchte ja lieber, möchte lieber drei Punkte haben als einen. Ich möchte auch lieber, dass Aue mit einem dreckigen 1 zu 0 gewinnt. Und mir wäre ein 2-1 lieber. Da haben wir wenigstens ein gesichertes Torverhältnis. Ui, ui, ui. Also, Freunde, lasst euch, lasst euch euer Obst gut schmecken und wir treffen uns nachher in der Sportsbar. Okay? Tschüss. 20.30 Uhr geht's los. Aufs Kei. Los, Freunde, Mittagessen und dann ausruhen, vorschlafen. Heute Abend halb neun und gucken wir uns das Spiel an. Bis dann. Tschüss, liebe Fußballfans, liebe Aue-Freunde. Ui, 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 ui. Das wird heute spannend. Ich hab schon ein richtiges Herzklopfen. Ui, ui. Bis dann. Tschüss. 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 Ja, ich ess erst mal meinen Käse. Ui, lecker Frischkäse. Mh, der ist bestimmt aus dem Simmel, der ist ja so lecker. Mh, der ist bestimmt aus dem Simmel, der ist ja so lecker. Mh, der ist bestimmt aus dem Simmel, der ist bestimmt aus dem Simmel, der ist ja so lecker. Lecker Frischkäse. Mh, der ist bestimmt aus dem nur Simmel, der ist bestimmt aus dem Simmel, der ist bestimmt aus dem Simmel. Mh, des bestimmt aus dem Simmel.